Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde File Fantasy X HD Remaster So, ich habe jetzt... Ich bin hier immer noch am Schauen, welche Taste wir hier brauchen Oh, oh, oh! Da ist es! Wir beten jetzt über den Kaktusstein und dadurch werden hier in der Dollar Steppe Existiert jetzt eine neue Monsterart Ich habe mir jetzt die ganze Zeit nicht mehr sicher, welche... Oh, vernichten sogar Welche Taste ich dafür brauche Lecklicher Marsch! Jura, aber ganz schnell! Engel, bitte! Was ist denn voll im Anfang? Himari? Bitte mal eine High Potion auf Tidos Riko? Bitte mal eine Phönix-Feder auf Yuna Tidos zu Gönstchen und Auron holen und lass ihn den Kampf beenden Danke! Danke! Oh, leg mich am Arsch, das war jetzt knapp! Irgendetwas sagt mir, wir sollten zeitnah... Ja, ich glaube, irgendwas dazu gehen ist echt keine so gute Idee Okay... 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 Jetzt... Merke... Als erstes, wenn möglich, immer hier die Dicken da wegmachen... Ja, Yuna... Komm! Wir sehen uns mal über Vitra... Okay... Du kannst ja den Dicken wegmachen... Boah, der ist ja gemeingefährlich... Himari... Kannst du von denen etwas lernen? Anscheinend nicht... Walker? No worries! Du machst den... Uh... Mal weg! Lulu... Verteidigt... Und Tidos... macht einmal weg! Zack! Gefsezenter, HRG Suren, она auf jeden Fall ist in der Aquаны! Okay... Hallo Schalinda! Hallo zu Commander, хочет mal zurück refuse. Wann ist das wirklich sko Raptor? Muss ich denn einfach um Spannastuden und Frau Juna seinine gemeinsam zu verpent. Das ist so großartige Nachbote, ich muss auf einen allen und sagen. Wo hab du gestanden das gehört? Von dem Guadal! Leider, ja. Moment, kannst du uns? Okay, sie kann uns nicht teilen. Oh, wir machen mal gerade über Potions, die benutzen wir sonst nie. Eigentlich müsste ich jetzt auch mal hier in der Zukunft mal ein bisschen grinden. Aber ich glaube, das mache ich dann im Wald von Makalania. Der ist verledigt. Der ist auch. Und erstmal wird hier ausgewechselt, bis nun gehe ich nicht mehr. Okay, Yuna. Weißt du was? Wir wollen die jetzt mal so richtig. X-Plitz. Ja, okay. Es ist auch sehr schön gewesen. Jetzt möchte ich es noch rausverkürzen. Nur noch Gimari. Gimari Ronso. Und dann kommt Killu. Und wer sagt Dich naht? Ein. Mach mal Nasch da. Sehr schön. So brauchen wir nun wieder nur noch einen Zauber. Ich hasse Dich naht, Sterbe. Das ist so ein Premium-Gebiet, das ist Wahnsinn. Okay. Mal mit Verteidigung. Verteid. Du machst mal was. Soll ich mich schon länger kriegen. Keinen richtigen Bossfight mehr. Der letzte war ja gegen die Albert-Maschine. Ich bin gespannt was. Ich glaube ich kann mich an den nächsten Boss erinnern. Ich werde sogar echt überlegen, wer der nächste Boss war. Ich komm... Mir fällt es gerade echt nicht ein, ne? Oh nein, lass ich mich überraschen. Jo. Also Wauke macht denn, dass er seit ein paar Krits... Ich bin grad spontan auf V gekommen. Ich wollte eigentlich das C drücken, weil ich Angst habe, dass gleich wieder... Der Blitseinschläge. Nee, komm. Zack. Am besten jetzt noch mal Juna. Oh, danke. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass Juna gleich mal kurz wieder abnippelt. Oh, naja. Einmal Drakko, die könnte hier drauf. Riku, du darfst nochmal klauen. Vom Raivor. Da haben wir nämlich noch nicht so viele Mondschleier. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So. Und dann kann man dann erstmal erledigt werden. Und dann kann man dann erstmal erledigt werden. Let's end this. Jo. Was. Raaah. Oh, ich freue mich schon wieder auf meine Endgame. Komm, machen wir mal hier wieder. Es wird wieder Zeit. Zack. 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 Und vernichten? Nein. Oh, naja. Muss auch nicht immer sein. Kann mal so eingedrehen werden lassen. Das ist nicht so. Oh, Blitseinsferiid. So. Und jetzt? Dann sind wir auf meinem Wege. Ja. 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 Sie haben mir die Schrauben. Sie haben mir die Schrauben. Ich glaube, er hat jemand in Spanisch ernst. Was? Ja. 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 Ich will nach Hause. Ich und meine Schrauben. Ich und meine Schrauben. Ich und meine Schrauben. Ich und meine Schrauben. Ich finde sie zu Hause. Bitte. Ja, das passt aber natürlich gar nicht. Jetzt kommt schon Leute. Leute, wollt ihr das jetzt echt anruhen? Also die von Eunice erwartet. Okay. Alles klar. Ähm. Ähm. Äh, Yuna? Ähm, haben wir hier. Außer ich habe das Video zu lesen wenn wir nicht. Ich speichere das hier mal kurz zwischen. Oh. Autsch. Autsch. Ja okay, das ist ein... Ich habe das auch noch nie gesagt. Du solltest auch ein paar Schäden lernen. Hm, vielleicht später. Schön, dich wieder zu sehen. Willkommen zur RIN-Agenzie. Ach nee, RIN. Okay, hallo RIN. Wie geht dein Studium unserer Sprache? Geht so. Das ist gut zu hören. Allow me to present you with this book for your study. Albert Lexikon Band 14 erhalten. HSN. Ähm. Would that be Sir Oren by any chance? Ja. Ah, as I thought. I've been wondering since I saw him at the Meehan High Road Branch. Ja, schieb ich schon schlecht. I wonder if you remember me. Ten years ago, at the beginning of Lord Broska's Calm. Yes. I should thank you. Not at all. I could not leave a wounded man to die. However, I was surprised when I saw you gone the next morning with that wound. An ordinary man would not have been able to walk. I'd rather drop that subject, RIN. As you wish. Okay. Okay. Maester Seymour and his entourage passed by a while ago. Ah, okay. And the Maester is to be married soon. Excuse me, where did you hear that? The Guado are telling everyone. Oh, they are, are they? Okay. Okay, that's not good. I wonder what's wrong with Yuna. I'll go back. What? Yes. Yes. Oh. 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 I, well. It's nothing really. I, I just, uh... Um... As a point? I, I, I'm sorry. I, I shouldn't have come in. Uh... Hey. Hey! War das nicht... das... das... das Gualdo-Guado? Die Angst ist seine Wille. Es sagt, sich um meinen Sonnen zu bemerken. Sein Sonnen? Seymour? Na ja, ich weiß einen Weg, um ihn zu bemerken. Entschuldigung. Ähm... Was ist los? Das stimmt aber nicht. Was denkst du, du bist auf? Ja. Juna... Juna... Juna war sehr lustig. Ja, ja. Sie wird uns sagen, wann sie bereit ist. All your chocoball student. Ja! All right, all right, all right! Okay. Geben wir ja also Juna etwas Zeit. So, wenn wir noch gerade hier sind, würde ich noch mal kurz die Level verteilen, weil wir ja echt ein paar Problemchen hier haben. Auf der Donnersteppe. Also jeder Set ist gerade wirklich hilfreich für uns. Oh, da drüben Skimari und Aaron! Hey ihr beiden! Ich hasse jetzt manchmal, dass ich einfach so weiter springe. Okay, mehr Treffer für Arico. Mehr MP. Auch nicht. Und ein bisschen abverkraft, ganz aufgebrochen. Okay. Was haben wir hier? Geschick. Und Reflex, Alter! Das ist so eine Dosh Green! Diese hat... Was denn? Wie lange ist das? Was ist? Oh! Da ist Gravitas. Hier ist Bio. Was ist hier? Oh, rotes. Ich will mal so nachschauen, wie der Weg ist. Okay. Hier ist... Ne! Lol! Okay. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Oh, hier ist der falsche Baum. Irgendwie hab ich... Also hier geht das dann lang hier rauf. Oh! Oh! Da müssen wir auf jeden Fall hin! Okay. Hier ist also der Baum zu Ende. Und es geht dann über einen welchen Baum? Oh! Neuner Spawn. Ich musste mich mal grad ganz kurz ein bisschen orientieren, damit ich weiß, wo hinaus ich möchte. Was haben wir da schon wieder für einen Zauber? Uh! Shell! Nein! Nicht die Shell von Portal 1 und 2! Leider nein! Ah! Süße, süße Eingriffskraft plus 4! Ich weiß, das klingt irgendwie nicht so wirklich viel, aber es ist viel! Eingriffskraft plus 2! HP plus 200! Magie plus 3! Gut! Das war's dann auch schon wieder! Ja! Warte mal kurz hier... Speichern! Also die Cutscene war heute... War eben schon wieder sehr wichtig! Was? Ich bin schon bei 11 Stunden Spielzeit! Pfff! Juno? If it's okay with Riku, shall we go? Ja, okay... She's not going to move unless we do something! Nu? We're not through the Thunderplains yet, so be prepared! Alright? Did you two have a fight? Ich habe nicht wirklich gestritten. Okay, Mario ist jetzt wahrscheinlich wütend auf uns. Ja, schon, aber... Komm, Rico. Okay, bleib hier. All right, already. But, you didn't have to say it like that, you know. You could be more comforting or something. You know, try to cheer me up. You just don't get me at all, do you? Hey, are you listening? I'm not scared. I'm not scared, you hear? Dann beweis es uns. Äh, wer ist... was? Was war das jetzt? So, da hat sich das mal verändert. Einen Donnerschild. Den können wir hier ganz gut gebrauchen. Stromweil. Bedeutet im Klartext, wir bekommen mit Tidus keine Mitmehr von Strom. Und jetzt heißt es ab zum nächsten... äh, zum nächsten Teil der Langstreppe. Hier gibt's da auch schon wieder ein paar neue Monster, aber im Glück keins ist dabei. Ich find's cooler, wenn man, äh, hier irgendwie was für Riko gemacht hat, dass sie, äh, Stromweil hat. So, dass man der... Da hat man's grad gesehen, das macht null Damage. So, dass man der zeigt, hier, du musst dir keine Sorgen machen. Fände ich irgendwie cooler. Äh, äh, reden... Mach einfach... Ja, mach einfach mal. Jetzt mal für den schauen. Oh, Yuna bekommt ein bisschen auf das Schnauze. Wie viel Damage macht Kimaru jetzt eigentlich? 210, 80. Das ist immer noch nicht zuverkürst, der Yellow from the Egg. 500. Einmal Beta, dann muss ich das noch her nicht machen. Rockbar fehlt noch und dann kann man den Melu vernichten. Basta. Sehr schön. So, es geht voran. So. Na. Es leuchtet aber nicht. Ich hasse die danach, Steffel. Ne, das kann man hier grad nicht machen. Oh, super ein Hinterhalt. Okay. Erstmal du Tschüss. Wichtig, du Tschüss. Und du verteidigst. Nein, nein. Nein, nicht hier. Riku erstmal. Oder Riku. Kimaru zum Verteidigen. Und Yuna zum Verteidigen. Und damit ist die ganze Geschichte jetzt gerotzt. Super. Ha. Ich hab's geschafft. Ich hasse dieses Spiel, ne. Ich will jetzt wenigstens noch kurz zu dem Mysteriet da vorne. Uh. Ähm. Ich muss da ganz kurz zu. Hier sehen wir den Eisengiganten. Ja, der ist für uns nicht so wirklich erreichbar vom Schaden. Der blockt gerne mal. Der brauchen wir Durchschlag. Oh. Okay, mori. Okay. Ich muss den Schock. Okay. Juna, du verschwindest ganz, ganz schnell. Du, Klaus, ein Lichtleier. Exositive Thorn. Gut, Kimaru ist wieder bei uns. Ein Auge erstmal wegmachen. Okay, und dann brauchen wir Aulen, denn anders können wir den Eisengiganten nicht wirklich Schaden machen. Zack. Das habe ich befürchtet. Mann, Riko, du kostest uns alle Phönixfedern. Zack. Riko. Okay, du greifst ihn mal an. Und, Walker, du verwendest dann jetzt mal hier. Einen Mega-Potion. So. Wo ist er? Hey! Halbster Sekunde! Halbster Sekunde! Halbster Sekunde! Phönixfeder! Bette, mach das Scheiß Team nur noch weg! Ich kann mir noch nicht mal Zlazuli auszuwechseln! Bitte! Hau ab! Bitte! Mach's weg! Danke! Jawoll, Kampfgeist! Geht doch! Ja... Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!